Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rising World. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in den letzten beiden Videos, die ich gemacht habe von der neuen Version, habe ich in den Kommentaren gelesen, dass ihr die auch spielen wollt, aber immer wenn ihr das startet, landet ihr in der ganz normalen Version. Also nicht in der, ihr seht es da gerade, Rising World Unity Version. Das Ganze ist überhaupt gar nicht so kompliziert, wie ihr euch das vielleicht denkt. Ihr müsst einfach nur einen Rechtsklick drauf machen, geht auf Eigenschaften, dann geht ihr auf Betas und wählt hier diese Version aus. Wir haben einfach keine, das ist die ganz normale Rising World Version, oder ihr sucht die Unity New Vision Preview Version aus. Also wenn ihr das gemacht habt, lädt die auch automatisch runter und das Ganze ist dann installiert. Dann müsst ihr hier einfach auf Spielen klicken und dann nicht Rising World spielen, nein, ihr müsst eine neue Version anklicken und drückt auf Spielen. Und das ist schon die ganze Hexerei gewesen. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen was helfen. Hat ja jetzt auch nur eine Minute gedauert. Und so spielt ihr dann diese Rising World Version. Ob das bei jedem klappt, weiß ich nicht. Ich hoffe, ja. Gut, ich habe natürlich einen Einzelspieler und wir haben ja angefangen, viel, viel, viel Eisen zu schmelzen. Wir haben ja mehrere Öfen gehabt, Eisen produziert, haben uns die neuesten Werkzeuge produziert, haben auch schon so ein bisschen, ja, ausgeschachtet, nenne ich das einfach mal, damit wir hier mit dem Hausbau beginnen können. Diese Version beinhaltet ja noch nicht allzu viel Inhalt, also nicht wundern. Wir haben zum Beispiel keinen Hunger, keinen Durst. Es gibt keine Tiere, es gibt auch nicht allzu viele Ressourcen, die wir abbauen können. Es gibt gerade mal Eisen und das Ganze kommt ja alles noch dazu. Wir haben aber dafür einen riesen, riesen Haufen an verschiedenen Materialien und Blöcken, die wir hier benutzen können. Und mit der, ja, wie heißt die Werkbank nochmal? Ich habe es vergessen. Mit der Werkbank hier, mit der modernen Werkbank, so hieße, dürfen wir dann auch alles bauen, was es so gibt. Es gibt auch schon ein paar Einrichtungsgegenstände wie Türen, Betten und sowas. Und das wollen wir natürlich alles ausnutzen, werde ich natürlich nicht in dieser Folge schaffen. Ihr seht, hier gibt es einen echten, ganz schönen Haufen wie Schränke und was weiß ich nicht was alles. Und ja, das kostet natürlich alles dementsprechend auch Material, auch Eisen. So, angefangen habe ich jetzt mit dem Plattmachen des Geländes hier. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen rumhacke und mir mal meine Ebene so ein bisschen Ebene, dann können wir auch langsam anfangen mit dem Bau. Ich habe tatsächlich vor, ein sehr wertiges Haus zu bauen. Mal gucken, wie wir das hinbekommen, denn sowas wie Glas und so fehlt mir hier noch der Sand. Ich habe auf jeden Fall noch nicht versucht, Sand zu finden. Und ja, was wir hier so machen können, ja, muss ich ja mal nachlesen. Aber wir versuchen einfach mal unser Glück, so wie wir es können, was die Version gerade so zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, die läuft sehr gut, fantastisch. Der Entwickler ist sehr fleißig, gibt sich sehr viel Mühe, gibt sehr viele Updates. Und ich muss mich auch ein bisschen beeilen, denn, ja, wenn der nächste Patch kommt, nicht, dass die Version dann kaputt ist. Das wäre natürlich schade. So. Das ist alles sehr ungerade, was ich hier baue, ich weiß. Ja, ich wollte eigentlich eine flache Ebene schaffen. Aber das habe ich mal wieder nicht geschafft. Wir machen das mal so schön, wie geht. Wir haben ja schon die Stahlspitzacke, deswegen geht das ja auch so schön schnell. Und das Ganze dient hier eigentlich nur zur, ja, zur Darstellung erst mal, was das neue Rising World so kann. Ähm, viel verändert hat sich so in der Sicht nicht. Die, äh, Engine wird besser. Sie werden viel mehr Materialien zur Verfügung stellen, natürlich, die wir hier benutzen dürfen. Und, ähm, das wollen wir natürlich auch gerne tun, ne. Also, momentan gibt es Stein und Eisen und Holz. Und das ist, ja, jetzt schon ein bisschen was immerhin, ne. Meine Tasche ist rappelvoll, ne, ist sie nicht. 81er Stacks. Damals gab es immer nur 64er, oder? Gut, ähm, egal. Gut, das haben wir erst mal so ein bisschen Platz geschaffen für einen Boden. Okay, ihr könnt noch ein bisschen mehr Platz rein. Ich weiß nicht, warum ich eine Etage tiefer gebaut hätte. Ich hätte einfach auf das Gras bauen sollen. Aber wir wollen ja eh einen Keller auch haben. Und das soll ja auch schick aussehen. Aber erst mal brauchen wir einen Grundriss, ne. Aber wir brauchen erst mal einen klitzekleinen Grundriss. So. Gut. Steine habe ich 1000. Hey, die Witzker. Ähm. Ich habe noch 54 Bäume. Die wachsen ja auf. Die abwachsen ja instant. Da müssen wir nicht viel machen. Eisen habe ich hier keins mehr geschmolzen. Wenn mich nicht alles täuscht. Da müssten wir vielleicht auch mal nachhaken. Wir haben aber leider nur 18 Eisenbarren. Oh, man darf nicht durch Feuer laufen. Okay. Ähm. Und, ja. Ich würde jetzt sagen, beginnen wir mit dem Boden. Ne. Das Haus soll dastehen. Das hier, was hier ist, wird alles wieder abgerissen. Logischerweise. Das ist ja nur obligatorisch. Allgemein ist falsch. Bauen. Und der Boden des Hauses. Ja. Aus was baut man denn Hausboden? Ja. Also wir dürfen alles bauen an dieser Modernen. Es gibt hier keine Grenzen mehr. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Benötigte Ressourcen gar nicht. Ähm. Wir haben hier nämlich klares Glas zum Beispiel, mattes Glas, Milchglas, Bleiglas. Ich mach mal einfach eins. Ne Scheibe. Und ihr seht, die brauchen noch keinerlei Ressourcen. Nur um einmal zu gucken, wie die aussieht. Bin nämlich immer neugierig bei sowas. Und das haben die hier bei Rising Blood schon immer fantastisch hingekriegt, ne. Hier. Ne. Und damit können wir natürlich hier in der Vision schon so ein bisschen was spielen, ne. Boah, cool. Das hat jetzt richtig geil ausgesehen. Gut, aber wir wollen natürlich jetzt kein Glas. Wir wollen natürlich einen Boden fürs Haus haben. Ähm. Ja. Modernes Haus. Modernes Haus. Was hab ich denn für einen Boden? Ich hab ein Laminat. Ich hab so... Was hab ich denn für einen? Ne. So einen hab ich nicht. So ein unordentlich. Ich hab eher so einen, tatsächlich. Und ich würd sagen, ich baue so meinen Fußboden, ne. Der ist natürlich auch wunderschön. Wir brauchen aber noch Holz. Oder wir bauen einen Steinboden. Aber ist ein Steinboden schön? Obwohl, das passt auch gut, ne. So mit Fliesen. Marmorfliesen. Ne, davon haben wir wenigstens Material. Ne, das ist mir zu fein. Das ist eher so Mauer. Stein, Stein, Stein. Was kommt nach? Stein. Ziegelstein. Marmor. Oh man. Beton. Den können wir ja anmalen. Das haben wir ja in der letzten Folge rausgefunden. Das ist natürlich eher was fürs Vorhaus. Für so einen Garten. Könnten wir vielleicht tatsächlich erst damit anfangen, ne. Was haben wir hier? Asphalt. Putz. Putz können wir für Wände benutzen. Fliesen. Fürs Badezimmer auf jeden Fall. Metall. Leuchtmaterial. Okay. Das werden wir alles austesten. Und die Glas. Bedachung. Müssen wir unbedingt testen. Kostet. Steine. Okay. Und das ist sonstiges. Ich hab keine Ahnung, was sonstiges ist. Gut. Ja. Ich würde mich dann auf Stein fixieren. Tatsächlich erst mal ne Terrasse. Also so ein Vorgarten sozusagen. Obwohl der ja auch ein bisschen mit Blümchen. Aber wir haben ja noch keine Blümchen, ne. Schwierig. Schwierig dich zu entscheiden. Marmor Boden. Boah. Was ist das für ein geiler Marmor? Boah. Das als Fußboden. Wäre doch wohl episch, oder? Benötigte Ressourcen. Auch umsonst. Das ist natürlich sehr, sehr edel. Das sind so eher Wände. Aber eher so unschöne Wände. Also da würde ich tatsächlich ein bisschen malerisch werden. Steinboden. Ach, das ist so schwer sich zu entscheiden. Haben die denn auch einen Namen? Die haben einfach nur IDs. Ja, das ist ein Stein. Das sind auch eher wieder Wände. Und ein Holzboden wäre... Ja, die erste Terrasse vielleicht. Die erste Terrasse aus Holz. Wie gesagt, ich habe so ein Laminat. Obwohl Laminat als Terrasse... Ihr merkt schon. Man kommt da in der Bedrohle. Man weiß nicht, wie man anfangen soll. Ah. Und finde das auch sehr schön für eine Terrasse. Wir haben was aber denn noch? Elektrizität gibt es noch. Fahrzeuge gibt es noch nicht. Verschiedenes gibt es auch. Ein bisschen was. Wir haben aber hier sowas wie Holz. Da müsste ich einfach mal was... Ob ich da mit bauen darf. Wisst ihr? Das habe ich noch nicht getestet. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Holz nehme auf der 4... ...habe ich nicht dieses Holz, was ich benutzen kann als Latte. Also die gute alte Latte. Nein. Die gute alte Latte zum Beispiel. Werkzeuge aus. So Medizin, Kleidung. Wo man dann so ein bisschen selber kreieren kann. So haben wir nur die Blöcke im Augenblick zur Auswahl. Das lässt sich alles super schnell bauen. Das ist eine Standuhr. Cool. Kommt auf jeden Fall ins Haus. Gut. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal anfangen mit... ...mit der Terrasse. Ja. Soll eine Terrasse haben, das Haus. Auf jeden Fall. Aber ich kann mich da einfach nicht für den Boden entscheiden. Wisst ihr was? Sowas richtig stylisches, marmormäßiges. Na, das ist nicht gut. Das ist zu heftig. Ich glaube, der hier wäre für eine Terrasse schon irgendwie angebracht. Ich mache mir einfach mal was maximal. 99. Sicher ist sicher. Nimm erstmal normale Blöcke. Wir haben ja ganz viele zur Verfügung. Sogar Kugeln. Und habe mir jetzt erstmal 99 Blöcke gemacht. So. Ich bin mir jetzt unschlüssig hier, weil ich hier so viel Chaos verursacht habe. Nimm mal die 99 Blöcke auf die 5. Und fange mal an zu ziehen. 4x24. Das sind ja schon fast 100. Ich habe noch 3. Weiß nicht, warum ich das jetzt getan habe. Aber das wird erstmal so eine kleine Terrasse. Boah, man braucht wieder so viele Blöcke. Das ist so heftig. So. Konnte ich mir merken. Darf man das denn auch schon favorisieren? Damit man nicht immer wieder suchen muss. Das ist immer doof. Ja, komm, machen wir nochmal 99. Weil wir es können. Stein kriegen wir ruckzuck. Bisschen breiter sollte sie schon sein. Sonst wäre die Terrasse sehr langweilig. Was ich noch brauche ist, der Vorschlaghammer fällt mir gerade ein. Denn der ermöglicht uns ja Blöcke abzubauen und wieder aufzunehmen, anstatt die zu zerscheppern. Und der kostet, äh, Werkzeuge, der kostet noch 2 Stock. Das sollten wir wo wirklich hinkriegen? Werkzeuge, Vorschlaghammer hergestellt. So. Gut. Die Farbrolle brauchen wir erstmal nicht. So, jetzt haben wir ein paar Blöckchen übrig. 23. Und das wäre so die Terrasse. Wird alles noch angepasst? Keine Angst. Irgendwie. Und irgendwo. Und irgendwann. Ja, hier. Würde ich gerne so eine Art Zaun oder irgendwas hinbauen. Ähm. Da müssen wir mal schauen, was uns da zur Verfügung steht. Bei Waffen, Auslösung und Einrichtungen. Ein Absperrgitter wäre nicht so hübsch, ne? Na, wir haben gerade mal eine Tür. Das ist alles. Eine Matratze, Stühle. Na, so ein Absperrgitter. Das wäre jetzt alles andere als nice. Das würde nicht gut aussehen. Wie gesagt, da kann man ja ein bisschen improvisieren. Aber. Na, wenn wir zum Beispiel dasselbe Material nochmal nehmen. Einfach mal aus Spaß. nochmal maximal drücken. Und drücken Form. Haben wir ja wahrscheinlich noch irgendwas, was wir nehmen können. Ähm. Also Treppen. Bogenecke. Innerer. Also man kann es ja auch anklicken. Dann sieht man es hier. Kann man da nicht drehen. Das. Da machst du schöne runde Ecken mit. Aber damit kriege ich ja auch hier keinen schönen Zaun hin. Auf keinen Fall. Das ist die Terrasse halt gefährlich. Und man kann runterfallen. Fertig ist die Geschichte. So. Gut. Dann. Ähm. Ja. Ist jetzt in meinem Kopf drin. Putz. Fliesen. Also der weiße. Es gibt verschiedene Arten von Putz. Die sehen sich sehr ähnlich. Na. So den schönen knallweißen Putz. Ich mache mir maximal 99. Jetzt weiß ich wieder nicht, welchen Putz ich genommen habe. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt mal guckt. 554. War das? Weil ich brauche jetzt ein paar mehr. Ähm. 554. Putz. 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 Mehr als 99 geht leider nicht. Das wird ja erst mal so ein bisschen blockmäßig bleiben. Äh. Und der Fußboden für die Wohnung. Ich glaube, wir bleiben bei Putz. auch wenn das Material vielleicht nicht das Optimale ist dafür. von der Optik her jetzt auf jeden Fall ist das, ähm, aber dann, wenn wir das angemalt haben, bestimmt sehr schön. Stimmt sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Treff das Richtige da. So. Darum geht es mir jetzt gerade. Wisst ihr? Wird jetzt keine gigantische Hütte? Aber größer als das wird es auf jeden Fall. Oh doch. Das wird schon ein großes Haus, wenn man das so sieht. Ähm. Ganz feine Arbeit. So. Gut. Ähm. Terrasse. Dann. Wo sind meine Blöcke? Da. Boah. Ich habe schon wieder 200 Stück verpulvert. Wir können das auch wieder mit Plus und Minus ein bisschen feiner machen. Das sehe ich gerade. Okay. Müssen wir mal die Mitte ausmessen. Wir haben genau 25, ja wunderbar. Ich mache erstmal eine Wand. Erstmal eine Wand. Und da wir ja sparsam sind. Schwer zu erkennen die Mitte. Aber ein Haus muss dann den Eingang nicht in der Mitte haben. Das ist ja. Das tut ja keine Note. Boah. Das ist hell. Das ist hell. Darf ich den Baum, wenn ich drinstehe? Das ging früher nicht. Jetzt geht's. So. Super. Alles verpulvert. Bis auf dem. Haben wir da schon mal einen Eingang? Und können da schon mal eine Tür reinsetzen. Das war auch Spaß. Dann haben wir ja... Jetzt denkt ihr, ne weiße Wand, wie langweilig ist das denn? Nein, wir haben ja hier die Möglichkeit, Farben auszuwählen und diese ganze Schose uns anzumalen. In jeder Farbe, die wir wollen. Und da können wir uns dann später dann eine schicke aussuchen. Aber erstmal kommt der grünen Bau, ne? Das ist ja klar. Gut. Ich hab früher mal gerne so gemacht. Weiß ich noch. So. Was einfach von Übergang her schöner aussieht, ne? Gut. Die Tür. Die Tür, die juckt mir jetzt in den Finger. Die Glastür. Die kostet bestimmt irgendwas. Irgendwas. Einrichtung. Die kostet noch Holz. Verdammte Axt. Ich dürfte aber noch Holz haben. Allgemein. Holz. Ich stelle einfach mal her. 30. So. Da haben wir doch ruckzuck eine Tür gebaut. So. Wubliwub geht das ja. Aktuell die einzige Tür, oder? Ja. Die einzige Tür. Oder wir hätten uns da nur auswählen können, aber wir haben tatsächlich nur diese Tür. Und aller Rising World dürfen wir die setzen, wie wir wollen. Das finde ich immer so schön. Gefällt mir. Oh Mann, da werden noch richtig viele Türen dazukommen. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal hier einen groben Grundriss, würde ich sagen. Was uns jetzt fehlt, ist natürlich Stein. Aber wir haben ganz viel Stein. Ich glaube, wir machen erstmal ganz viel von diesen weißen 554er Blöcken. Für die erste Etage. Und da müssen wir auf Steintour gehen. Ich glaube, das war es, ne? Ja, ist nicht drin. Ja, fünf. Boah, jetzt habe ich über 500 Blöcke. Boah, was darf man für riesen Stacks machen? Ich hoffe, das bleibt so. Na, dann müssen wir nämlich hier nochmal ein bisschen erweitern. Mir gefällt das Bauen sehr gut so. Noch ein Stück. Man kann ja später noch weiter anbauen. Muss ja nicht alles auf einmal passieren. Das machen wir auf jeden Fall schon mal. Na gut, dann mache ich das halt so. Ist mir auch wurscht. Auch Einzelkammer setzen. Wir haben die vergessen, das geht auch. Wir können dann wahrscheinlich schneller so bauen. Fenster kommen da noch rein. Warte mal. Nein. Wow, das ist so ein bisschen Augenkrebs gerade, ne? Boah, wir haben alle Steine verpulvert. Und so, schau mal an den groben Umriss fürs Haus. So, Tür auf. Und dann kann man natürlich wieder auf Steintour gehen. Sollte man auch. Sonst kriegen wir keine Steine mehr. Schade. Man hat immer das Gefühl, oh, das Gras. Im Haus sieht man es aber nicht, ne? Oh, hier ist ein ganz kleiner Zippe. Habe ich noch erwischt. Aber das war früher schon ein Problem mit den Spielen. Dass man auf Distanzen das Gras dann durch diese Sachen wachsen lässt. Aber wenn da Wände vor sind, sieht man es ja nicht, ne? Gut. Steine. Ressourcen oder Bergabbau. Bergabbau dauert viel, viel länger. Aber ich wollte mich sowieso mal in so einen Berg reinbauen, um zu gucken, was man da so drinnen noch entdeckt. Vielleicht auch so eine Eisenader oder sowas. Ob das schon gibt. Man muss es einfach mal gönnen, ein kleines Loch zu buddeln. Sowas für Kohle wäre natürlich super, wenn es sowas schon geben würde. Aber ich denke mal, es gibt auch eine Liste, was es alles schon gibt in der Version. Naja, Steine tut man ja auch ganz gut. Aber ich glaube, wir buddeln uns einfach nur durch pures Gestein. Ich weiß auch nicht, ob es die Hölle auch noch gibt. Früher gab es ja die Hölle, wenn man sehr tief gebuddelt hat. Es hat auch sehr lange gedauert, bis man da ankam. Manchmal hat man ein bisschen anders Material erwischt, aber es ist tatsächlich immer Stein. Stein, 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 Stein. Stein, 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 Stein lalala ok mein erster tunnel für das licht das haben sie gut gemacht so unten steht ein haus ok ressourcen sammeln macht jetzt schon spaß aber da gehe ich lieber zu diesen großen steinfeld und glaubt die gibt es immer mehrere steine auf einschlag anstatt immer nur ein pro brocken ok man könnte schon verahnen dass der team in den haus bauen das ist schon die wahrscheinlichkeit ist groß so kleine brocken 14 steine 24 67 steine in kürzester zeit sehr schön ich mache euch blöde elenden steine ich will aber auch eisen haben die öfen müssen lodern da ist eisen da hoch ich habe schon wieder über 500 steine schon wieder auf dem rückweg gehen gerade ich nehme mit einkommst bin ich mein liebes eisen so unterwegs noch ein bisschen was klopfen man sieht unseren dichten wald und dann machen wir die erste etage muss natürlich noch räumlich geteilt werden ist klar ups machen dann hier dicht dann machen wir zwei drei räume raus ein badezimmer der obere etage kommt natürlich auch noch dazu das ist so so ist ein bisschen aufwendig finde ich aber ist ja noch nicht alles für dich wissen wir ja ich habe nicht die benötigten rohstoffe im inventar habe ich doch steine 64 stück eisen 16 also können noch ein bisschen schmelzen während wir mal hier so rum eiern warum nicht was hast du denn noch sehr gut für einiges braucht man ja auch eisen da habe ich noch zwei für zwei schmeiße ich jetzt keinen rufen an das wäre blöd ne so ja brennt ihr mal brennt ihr mal macht mal eisen pump eisen das gras stört ne kommt für spinne gras aber wie gesagt die version ist ja ein preview ach das geht so schön schnell da fehlt jetzt einer von außen da fehlt jetzt einer von außen das lässt sich super leicht bauen und ich habe das gefühl die blöcke sind kleiner als wir die so kennen sonst so muss eine etage haben wo man sich nicht gleich den kopf stößt so das habe ich schon wieder die hälfte der blöcke verpulvert und darauf kommt dann das dach das heißt wir sollten eventuell noch eine treppe oh ja das kostet und dach habe ich dach gesagt ich meine natürlich die decke ist eigentlich in diesem block fest ah verdammt da komme ich jetzt nicht hoch das macht aber nix wir haben ja schön vorbereitet so ich weiß ganz genau was an der ecke fehlt so da guck ich das an schöner schattenwurf auf jeden fall von den bäumen das ist natürlich die ordinäre treppe da müssen wir anders bauen und ja hier entstehen die ersten räume hier ist natürlich der Eingang der wird nicht allzu groß viele steine habe ich noch könnte man vielleicht sogar schon mal ein bisschen was tricksen so eine art flur das sollte eigentlich lang als flur schon größer ist jetzt schon größer als meine eigene wohnung also ein vorflur ich mache das nicht große gedanken so geplant habe ich da jetzt eigentlich nix oder eher spontan vielleicht noch mal eine tür rein wird ein bisschen komisch ne ob hier kommt dann ein schuhschrank hin oder so das ganze wird wenn es bunt wird erstmal richtig geil aussehen glaube ich ne so weiß ist natürlich hat ja auch sein stil ne aber das dafür haben wir nicht die möglichkeiten farben zu machen ne gut äh einrichtung tür war mehr holz und wir brauchen noch eisenplatten das ist ja gar nicht so schlimm weil wir eisen und zwar geschmolzen haben und ist echt nicht teuer ne oh der war leer verdammt na hab ich nicht einer musste ja der geht ist ja klar und das wird mit sichern auch wieder unsere großen brennöfen dabei sein später gut ähm wir brauchen jetzt aber wirklich viel holz ne ich habe nur noch 33 das ist gar kein problem denn wir haben ja hier ganz schön viele bäume und pflanzen auch ruckzuck wieder niegelnagelneue das ist die axt gut aber ruckzuck was zusammen die vielfalt der bäume und sowas das haben sie alle schon mal gemacht also wird das wohl nicht zu schwer für die wicker sein mehr bäume verschiedene arten was wir haben wieder mehr holz gibt ein heb ein hebro ich wenn ich den gefällt habe zwei für die dinge und allein hier das ist so schnell als du gucken kannst wo immer was haben wir 100 ok das wird nicht lang was mit euch du bist fertig geschmolzen du bist fertig geschmolzen für die zweite tür und holz sie holz nein hier so ein bett und so ach ja da wollte mich auch schon drauf das zu bauen brauchen wir aber noch nicht wer so ein parkettboden den würde ich sehr sehr gerne auf haas 26 ach so nichts gesagt alles verpulvert so ein schöner parkettboden natürlich würfelform wir werden aber bestimmt mal was anderes als würfel vormachen so mehr ist nicht drin das wird niemals lang niemals nie ich brauche jetzt schnell ich glaube jetzt sind wir schon fast leer gefägt keine fenster keine farben noch ganz trist aber das wird eine luxuriöse wohnung sage ich euch was das denn da für ein gemeiner blog der wird gleich dahin aber ihr seht schon wir brauchen definitiv richtig viel mehr holz für das dach habe ich noch ein holz übriger 26 für die tür quatsch 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 habe ich das schon eingesammelt das war noch zu heiß hier zack nein so allgemein quatsch mit soße ausrüstung war auch falsch das gewehr also waffen waffen gab es irgendwo waffen ja das gewährliche auch unbedingt mal machen eisenplatten es ist keine munition herzuschauen das heißt wir haben wahrscheinlich unendlich munition und was jetzt machen wollte war natürlich das ganz anders ich wollte was soll ich im bau der tür der tür wir brauchen noch eisenplatten und zwar eine ganz simple und wir haben eine tür ich würde mir also kleinen teil mal sogar noch wünschen bis was fertig gebaut ist da muss ich aber dekorieren hier so ich dass du bloß hübschen kriegen das gefällt mir hier eigentlich auch besser ne warte mal was ab verriegeln klopfen ja rein das muss ich halten also ein bisschen mittiger sieht einfach geiler aus also vorraum hat auch schon dach tatsächlich wunderbar könnte man jetzt schon anmalen also das wäre schon der erste raum den wir fertig haben wie cool wir brauchen eine billiarde holz noch um das die nächste etage hochzuziehen das wird aber wirklich hübsch werden glaubt mal aber als fenster haben wir ja doch fenster können wir improvisieren durch die glasscheiben das könnte noch ganz witzig werden aber man kann das richtig geil durchgucken richtig hübsch gut dann würde ich an der stelle aber trotzdem sagen weil ich jetzt zum weihnachts essen musste meine eltern dankeschön fürs zusehen hier sammeln wir noch ein gute alte eisen gucken mal ganz ganz kurz was wir in den vorräumen so stellen könnten als nicht ausrüstung waffenwerkzeuge einrichtung eine tränke wäre vielleicht nicht ganz so angebracht eine alte truhe ein stuhl eine alte banken tisch eine leiter wir haben neuchten aber tatsächlich auch schon eine wand fackel nein die wird glaube ich auch nicht so modern aussehen hier sind schrank wir natürlich schon mal angebracht ne für so kleine holzschrank genau das was brauch nicht wir brauchen noch 32 ok da braucht noch mehr holz das kriegen aber hin du kommst mal hier unten hin mit dem hier reisen reisen ganz viele setzlinge die werfen wir mal weg der ist er dann futsch terrasse vielleicht brauchen wir noch ein bisschen was davon gut und dann hole ich noch ein bisschen holz das machen wir auf jeden fall noch fertig also ein schrank dahin stellen damit schon das erste damit das erste ding steht auch wenn wir noch nichts lackiert haben oder bemalt haben besser gesagt na die sonne geht langsam unter die erste nacht bis auf sehr lange gestellt ach hier muss noch viel gemacht wird ach quatsch fertig gewesen holz das müsste passen hoch 10 zu viel gemacht ich halunke du kannst du gar nicht hinsetzen ich sehe keinen baum ach das ist ja auch gar nicht der schrank da passt hier einfach mal perfekt hin würde ich sagen das sogar bedienbar sehr cool es ist die frage die mir jetzt gerade ein bisschen sorgen macht wir sagen wir mal wir wollen hier die farbe gelb haben völliger blödsinn eigentlich ist sie nur auf einer seite oh nein das ist natürlich ein bisschen tricky dann ne ah Baumhob das ist natürlich schwierig kann ich das auch anmalen tatsächlich nein okay man kann alles anmalen geil sogar die tür ey wie cool ist das denn alles alles ganz zu bemalen wie cool ist das denn das würde man vorher nehmen muss das neutral das hier ne das ist ja cool die idee ist super die gefällt mir und dann würde ich an der Stelle sagen dankeschön fürs zusehen an sie wusste in der nächsten folge bis dann das ist ja cool ist das